hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für mittwoch den dritten siebten 2024 und ja wer hat denn da mal durch die flacke durchgeguckt da bekommt unsere bärische flacke doch langsam auch ein bisschen unter malung und zwar durch ja wir sind unten rausgebrochen wir haben gestern darüber gesprochen mit dem absturz und so weiter und so fertig hatte gesagt wenn er jetzt wirklich runter bricht wäre es insbesondere wichtig oder wie immer gesagt also wenn er unter die tiefste insbesondere unter 260 zurück tauchen wird hatte ich gesagt würde ich ihm erstmal raum geben bis in die 200 1 90 wenn er sich dort am vormittag aufrichten könne hätte auch noch mal gut die karten hoch zu drehen ansonsten würde sich wohl mit der unteren channelkante auseinandersetzen so hat das getan die oberen routen waren damit gehend ja hinfällig weil er sich überhaupt nicht oberhalb von einer 260 300 irgendwie ansatzweise hochgedrückt hat ich denke das hat er schön gemacht erkennbar gemacht gleich von beginn an hier nach unten durchgedrückt und auch unter die 260 geschoben damit war zumindest erst mal klar dass das noch weitere tiefs hier geben muss hat sich dann hier unten eine stelle viel mühe gegeben irgendwie bei 290 mal signale nach oben zu geben und erst tatsächlich hier unterhalb der kante angefangen zu stabilisieren und das ist jetzt eben auch das richtige damit einmal oben rausgestochen werden mit seiner unten rausgestochen damit ist die flagge an sich eigentlich bereit um aufgelöst zu werden ja also da sollte man jetzt sehr genau hingucken in der hoffnung dass das jetzt hier eben nicht noch eine weite deformation wird dadurch dass das hoch hier so tief sitzt das hier und dann noch drüber wäre das noch denkbar aber ich sage mal für einen reinen flaggenablauf wäre das auch nicht untypisch also dieses bild wie wir es jetzt hier sehen ist eigentlich eine klassische bärische flagge die klassische bärische flagge bekommt aber ihre bedeutung eben erst jetzt wenn die flagge dann eben in die bewegungsrichtung aufgelöst nach unten und dafür müsste unser dax sich jetzt eben wieder runter drehen ich würde ihm dafür wir haben das übrigens gestern genauso auch gesagt er würde dann wahrscheinlich zum mittwoch noch mal kurz nach oben zucken einen mittwoch machen soll was gestern gesagt der gespiegelt zum sonstigen mittwoch verlaufen würde dass er kurz hoch zuckt und dann vielleicht komplett durchfällt ja sollten wir das sehen dass er wirklich den mittwoch mal spiegelt so wie wir ihn üblicherweise sehen und er sticht uns hier hoch in die 2 30 2 60 und dreht sich wieder nach unten um wird es schon damit rechnen dass er noch mal auf die flaggenplante geht die liegt jetzt schon ein bisschen höher das ist jetzt knapp unter 110 und muss ganz klar sagen wenn er die jetzt nach unten aufmacht dann geht hier platz auf dann geht hier platz auf bis da müssen wir den target chart drüber wechseln das ist ja noch der chart in die seminarteilnehmer hier gemacht haben ich meine freie minute habe mache stehen jetzt die nächsten tage auch wieder glatt dass wir die anderen punkte von weiter ausgeordnet und die marken da wieder mit reinkriegen ging ja bei den seminarteilnehmern eher nur darum das erstmal ein bisschen zu schärfen selber zu finden die muss dazu suchen zu erkennen einzuordnen wo wie was geht raus natürlich bringe ich jetzt ja auch wieder mein touch dann mit rein soll ja auch weitergehen so haben wir jetzt erstmal die flagge gut abgesteckt auf tagesebene können wir das alles so unverändert lassen das bleibt auf jeden fall hier erstmal eine ganze welle bestehen ja auch hier haben wir gesehen wir sind an der unteren flaggenkante gewesen mir ging es jetzt darüber dass wir im tagesschart gewechselt um die ziele hier zu ermitteln weil da haben die seminarteilnehmern ja auch uns schon ein bisschen was vorgegeben und zwar 17 59 als erste station hier mit dem tief schon aber mit dem kerngedanken gut da ist zwar das untere bollinger band das könnte ihn nach oben motivieren braucht aber auch wirklich mullige kraft die dann da reinkommen muss und er wäre fast vermuten wenn er jetzt aus einer bärischen flagge unten raus fällt dass er dann noch mal eine bewegung raustritt die gut ein paar punkte nach unten geben kann und damit waren wir dann hier im bereich um ja des gap bei 17 37 und sogar hier bis zu den tiefs da knapp um die 17 600 rum bis 17 5 0 9 sogar ja also wenn unser dax unten aus der flagge raus macht zum mittwoch jetzt hier weg segelt dann hätte durchaus das potenzial auf der unterseite eben raus ja gedrückt zu werden hier aus die flagge raus in die bewegungsfortsetzung dann würde sich an der bewegungswelle orientieren und die versuchen noch mal irgendwie nach unten loszutreten wie können wir das jetzt aber abgrenzen wir können das jetzt in sofern abgrenzen wir haben ja schon eine deutsche erholung gesehen und wir haben vor allen dingen dieses klassische es ist ein bisschen spät gekommen dass das tief für den dienstag ist jetzt hier kein klassisches vormittagstief aber auf jeden fall haben die amerikaner nach dem tief was gefunden wurde keine weiteren nachmittagstiefs reingestellt ja auch wenn das erste tief halt jetzt hier ein bisschen fast im nachmittag ist es der frühe vormittag oder eigentlich ist es schon nachmittag ja 14 uhr aber trotzdem mit einsetzenden us-handel haben wir hier dann eben tatsächlich keine weiteren tiefs bekommen und die erholung und das ist für den dienstag immer relativ wichtig weil das eigentlich bullische mittwoche auch einleitet ja dieses montag ein bisschen schwach dienstag ein bisschen schwacher und dann machte diesen turn around am dienstag das würde ich hier tatsächlich so jetzt auch gelten lassen ja das sieht nach einem turn around tuesday ist ja am montag hat sich nach unten gedreht der dienstag hat dann tief nachgesetzt und sich aber umgedreht und wenn der dachs das jetzt gelingt wenn ihm das jetzt gelingt das zu halten durch zum beispiel den schwächeren start am mittwoch ja dass er einfach ein bisschen also diesen klassischen mittwoch halt machen dass er runter segelt und sich irgendwie über 18 1 20 hält und wieder hochdreht könnte ich ihm mir sogar vorstellen dass er durch die 2 30 62 durch sticht nach oben auch wenn es eine harte marke bleibt ja und in den gap close geht und der ist hier so im bereich um 320 zu suchen ja das heißt das wäre für mich das politische szenario er muss durch die 2 30 260 nach oben durch und das gelingt ihm wahrscheinlich sogar am besten wenn er hier noch mal ein bisschen schwung holt ein bisschen nach unten ausholt und dann nach oben durch sticht und auch durch mittlere band dann halt durch also 2 30 zu 60 ist wahrscheinlich die wichtigste zone zum mittwoch jetzt da gehört der fokus drauf und die unteren flaggenkante halten also wenn er da ist er jetzt 1 2 3 drauf aufgesetzt wenn er da jetzt noch mal drauf rumfurtelt liegt es schon nahe dass er eben dann auch unten durch flächen kann ja das sollte man einkalkulieren die ziele und sind dann klar und er muss durch 230 260 rum der start wie rum er startet können guter indiz dafür sein ja wo es hingehen soll dann über den weiteren tagslauf mit zuerst runterkommen könnte ich mir das sehr gut vorstellen aber auch so wenn er hier wegdreht und er geht unter die 100 also unter 100 bin ich eher mit blick auf der unterseite gerichtet haben also und wenn er aus der flaggenkante rausgeht guck ich mir erstmal an ich kann mir schon vorstellen dass der bis zur 59 dann auf jeden fall erstmal rennt ja das ist so alles was mir dazu einfällt dann würde ich hier die analyse zu machen wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss gleich rest 1 kl 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 Vielen Dank.